Die Tage, dass meine Kinder geworden sind. Die Spiele, die ich verloren habe. Dennis Bergkamp. Pfannkuchen. Meine Mentalität. Ungönlich. Konzentriere ich mich und bereite mich vor dem Spiel. Trinke einen Schluck Wasser und komme runter und konzentriere mich auf 2,5. Und dann wäre ich irgendwo an einem Markt zu stehen, irgendwas zu verkaufen. Wie gesagt, auf dem Markt oder irgend sowas. Dann freue ich mich und jübe zusammen. Wolle? Jetzt noch mal. Wolle. Das war's. Bis zum nächsten Mal.